Willkommen zu einem neuen Video von mir und ja heute zocken wir mal eine weitere Wunde Minecraft New Craft und ja ihr seht schon hier hat sich einiges verändert also hier hat sich einiges verändert und ihr seht es ist nicht mehr eine Blumenwoche, sondern Österreichwoche ja die Österreichwoche ist auch schon ich bin so glücklich Das war der Grinsvorgang jetzt auch. Gucken wir mal, ob uns jemand irgendwas geschrieben hat. Oh, und im Knast war ja schon jemand. Niemand hat den gescheitert. Okay, Leute, ich mach mal ganz kurz den Regen auf. Ich mag den nämlich nicht. Niemand mag den Regen. Äh, ich muss hier kurz ganz kurz kappen. Da bin ich wieder. Ich hab mir nur ganz kurz einen Halter von zu Hause geholt, weil... Ich hab mich nicht in speed auf. Und jedenfalls kann ich wieder darts KEYAU Relations. Und ja, ich zeige euch noch ein paar Neuerungen, die hier zugekommen sind. Warte, ich gebe mir mal ganz kurz eine. Und nein Leute, die Commands, die kann man auch so einfügen, ich habe keine Cheats an. Ich habe da nämlich irgendeinen Bug rausgefunden, wo ich das machen kann. Also, die Neuerungen, die hier zugekommen sind, es ist ein zweiter Grenzenbergang offen. Den werde ich dann jemandem zuweisen. Hier seht ihr ihn schon. Hier ist dann der Grenzbergang. Und wie gesagt, dem... Also, können wir mal durch die neuen Grenzenbergang durchgehen. So, zack, zack. Und hier die große Höhle habe ich jetzt abgesperrt. Da ist nämlich ein Stück. Schreck mich nicht. Schreck mich bloß nicht. Schreck mich bloß nicht. So, auf die Neu. So, auf die Neu. Darf ich den ganzen Ding noch einmal laufen? So, auf die Neu. Ja, du hast es gut. Schreck mich da jetzt mal funktionieren. Drei. Und das lieber ich bin mal runter! Ja. Dann um hyvä. Das ist eigentlich schön. Also hier die große Höhle ist abgesperrt. Ich kann ja mal reingehen. Hier seht ihr noch einige Überreste. Aber wir lassen hier ganz schnell wieder raus. Das sind eigentlich schon die Neuerungen, die hier hinzugekommen sind. Und das, wie jetzt die Jobs gekommen sind. Ich werde jedem, der hier mitspielt, Jobs zuteilen. Einer kann von euch noch mitmachen. Nur der, ja, der halt genug Grips dafür hat. Die, die sich nicht benehmen können, die dürfen da nicht. Und das, ja. Mehr gibt eigentlich nichts zu erzählen. Jetzt zeig ich euch mal im Friedhof. Habe ich noch gar nicht gezeigt. Oh Gott! Hier wisst ihr ja, das Todesloch. Geist. Einmal da rein, kommt man nicht mal raus. Hier sind die Gräber. Ich rasiere alle mit meinem Schwert. Alles und zu jedem. Jeden. Und jetzt werde ich euch mal zeigen, wie man vom Tod, wie man ums Todesloch springt. Alles ist ganz einfach. Alles ist ganz einfach. Es geht hier den Berg hoch. Und dann vorregt er einfach da rein. Und jetzt werde ich noch zu meinem Haus gehen. Übrigens, hier ist mein Laden. Jetzt werden wir die Tore öffnen. Danach werde ich sie erstmal für ein paar Tage verschließen. Ist aber auch krass. Und dann sei bloß weit. Noch mehr essen. So. Sie haben ihr Haus nicht vollendet. Sie werden unter Arrest stehen, bis das geklärt ist. So sieht das aus. Zombie. Ein Toter Zombie. Jetzt kommt der Schnellschritt zu meiner Base, dann würde ich sagen loggen wir uns aus. Reiner hat es nicht geschafft. Tore dicht. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal schlafen. Das war also das Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Dann wirst du immer noch gut gehen und danke die nächste Video. Bis zum nächsten Mal.